Schau, dass ich arm bin. Ich möchte reich sein. Ich möchte mal endlich wieder Freunde finden. Hilfe! Ich möchte zu Lina und Cleo. Oh, da liegt Franz hier. Lass uns versuchen, ihn zu wecken. Wie doof, das klappt gar nicht. Lass uns ihn überraschen. Okay, gute Idee. Oha, da liegt ja ein Geschenk. Das ist bestimmt von Lina und Cleo. Tschüss! Tschüss!